Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest eine frische Wunde anzunehmen bei Magni Bronzebart in Silithus Herzkammer an dieser Position. Also die Herzkammer ist das Gebiet wo ihr eure Kette aufwertet und umskillt und so weiter. Sollte mittlerweile bekannt sein. Ich habe diese Quest entdeckt als meine Kette Stufe 55 erreicht hat und ich in die Herzkammer gekommen bin um einen geringen Bonus zu aktivieren von den Essenzen und da hat die Magni diese Quest für mich. Nehme ich an, nun soll man ihn treffen bei Nordrasil auf dem Hyal. Als Allianz Charakter werde ich mich nach Sturmwind teleportieren. Ihr könnt nach Bovalus und dort die Portale nutzen um nach Sturmwind zu kommen oder zum Beispiel als Hortler könnt ihr eure Umhänge benutzen. Also das sind Gildenumhänge um nach Ogwima zu kommen und von dort gibt es auch ein Portal nach Hyal und zwar an dieser Position. Irgendwo in diesem Kreis dürfte ein Portal sein zum Berg Hyal. Ob man heutzutage das Portal noch frei questionen muss, kann ich leider nicht sagen. Solltet ihr keins haben, dann könnt ihr euch zum Beispiel nach Dunkelküste begeben und von dort zum Hyal fliegen oder von Ogwima habt ihr es eh nicht weit. Könnt ihr direkt mit dem Flugmaunt hinfliegen, vollkommen egal. Aber lange Rede kurzer Sinn, ich bohrte mich nach Sturmwind. Von dort aus fliege ich zum Portal auf der Valleanderseite logischerweise. Das ist bei diesem Kreis. Ich wollte schon aufmauern, denn es geht ja gar nicht, bin noch im Gebäude. Voll verwirrt. Und ich schätze mal sowohl als Allianzler als auch Hortler darf man zu der selben Position sobald man am Hyal angekommen ist. Sollte es anders sein, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann wissen die anderen Leute Bescheid, die dieses Video noch nicht gesehen haben. So, hier sieht man schon Portal zum Hyal. Das ist dieses hier. So ähnlich sieht es, glaube ich, auch in Ogwima aus. Nur halt an der entsprechenden Position. Portal genommen. Nun darf man in der Hyal angekommen in dieses Gebäude laufen. So, gleich bin ich da. Hier bin ich. Quest ist abzugeben bei Magnip von Sebabt in der Hyal. An dieser Position. Hoffe, das Video konnte euch ein bisschen helfen. Eizocke Ende.